ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risiko und weiß gibt es natürlich immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche es geht direkt los wir gehen rüber in die xstation und wir fangen mit dem bitcoin an die kryptowährung ist jetzt in eine wichtige unterstützungszone eingetaucht und zwar der bereich zwischen 27.200 und 27.700 dollar der coin könnte von hier aus also wieder versuchen sich ja in richtung jahreshof aufzumachen der aufwärtstrend ist ja nach wie vor intakt wenn der preis allerdings unten durchrutschen sollte dann könnte der markt erstmal die 26.600 testen und dann hätten wir hier dieses wichtige ausbruchsniveau bei 25.200 dollar der nasdaq 100 beziehungsweise der future der respektiert in dieser woche erneut die obere grenze der seitwärts range bei 13.348 punkten wenn der markt nach oben ausbrechen sollte dann geht es relativ schnell in richtung august hoch weil da gibt es keine wirklichen widerstände ansonsten könnte der markt weiter abdriften und dann nochmals die untere range testen oder die untere grenze der range bei 13.081 punkten und da gab es ja in der vergangenen woche bereits eine erfolgreiche verteidigung der deutsche light index ist von der kurzfristigen unterstützung bei 15.984 punkten abgeprallt auch hier zeichnet sich eher eine seitwärtsphase auf hohem niveau ab die untere grenze gerade schon genannt auf der oberseite wäre es die 16.063 marke ja reicht das jetzt schon aus um vielleicht ein neues jahr sucht zu sehen oder drohen weitere verluste konkrete trading ideen dazu gibt es dann auch übrigens in meinem video von heute morgen den link gibt es unten in der beschreibung wir gehen darüber zum euro dollar das währungspaar testet jetzt für die vierte woche in folge die unterstützung bei 109 73 und aktuell scheint diese marke nicht zu halten wenn dem euro weitere luste drohen dann könnte es in richtung 109 29 gehen und dann wird es etwas ungemütlicher dann könnte der markt sogar also deutlich deutlich unter die 108 rutschen ansonsten aufwärtstrend intakt deswegen eigentlich wäre zu erwarten dass wir hier nochmals einen weiteren test der 1 10 33 sehen an dem sich die bullen ja schon seit einigen wochen versuchen gold versucht wiederum das zwischenhoch bei 2000 und 32 dollar zu knacken hier gab es bereits zwei fehlausbrüche aber auch hier der aufwärts trend ist intakt und die bullen scheinen eben nicht nachzugeben und je öfter getestet wird desto höher ist eben auch die wahrscheinlichkeit dass dann auch ein nachhaltiger bruch gelingt danach könnte es richtung 2048 und dann auch wieder in richtung rekord hoch gehen die ölsorte wti setzt die erholung die kurzfristige erholung fort und erreicht jetzt das zwischentief bei 73 92 wichtiger tiefpunkt der bruch in der vorwoche und da gab es eben in dieser abwärtsbewegung zumindest mal einige aktivität beziehungsweise das wäre ebenso der erste wichtige widerstand es gab eine annäherung aber noch kein test also mal schauen ob das drin ist wenn ein bruch gelingt dann wäre eine weitere aufwärtsbewegung bis 76 71 möglich ansonsten bei einem abpraller könnten die gesamten gewinne dieser woche abgegeben werden und unterhalb von 71 66 könnte es dann auch sehr rasch wieder nach unten gehen das gerne einen daumen da wenn euch der content gefallen hat viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal